Oh, Majestics, unser geliebter Chef, wir müssen mit dir reden. Er ist in einer Besprechung. Soll ich was ausschrichten? Nur zu, Kinder, ich bin ganz ohr. Was ist hier los? Es geht um nicht ganz frischen Fisch. Was heißt nicht ganz frisch? Ich antworte hier gerade auf eine Frage. Wo waren wir? Wir kommen eben aus dem Wald, da waren Römer. Römer mit Schnüren, genau gesagt. Was für Schnüre? Die hat Schnüre, über die man stolpert. Es war eine Baustelle, die man nicht betreten durfte. Was mögen die dort wohl bauen? Na, solange da nur Schnüre sind, ist es halb so wild. Los, kehrt, marsch! Hey! Wer haltet diese Baustelle lieber im Auge, man kann nie wissen. Hey, wir sind noch nicht fertig! Auf der Seite! Woлось wie, assistiert das Beendet?